Es will man nicht in der Koffer, nein, wie kann nur ein Mensch nicht von Frankfurt sein? Die Stadt von Frankfurt, weil die Altstadt von Frankfurt ist das neue Herz der City und das wollen natürlich die Menschen sehen und natürlich auch ein bisschen was er zu tun. Wir fahren drumherum um jedes einzelne Haus, die alten Gebäude, den Krönungsweg, den Römerberg natürlich und das Ganze auf eine humoristische, lustige Art und Weise, wie man es von Beppi gewohnt ist. Ach Beppi, hier, das finde ich super. Laufen wir auch mal mit Erwin, oder? Ach Fred Heterhoff, du kannst doch nicht laufen. Hier, Beppi, wie oft willst du das machen? Wir haben unterschiedliche Führungstermine, die könnt ihr dann alle im Internet sehen und, ja, kommt drauf an. Wir haben manchmal zwei, manchmal drei, manchmal nur eine. Dann muss ich mich auch mal eine Woche holen, weil man ist ja nicht mehr die Jüngste. Och, das ist aber schön. Mä, hier, wie viele Leute da mit, hä? Wie viele sind da dabei? Pro Führung haben wir 25 Gäste dabei und die werden ja Spaß haben. Hier Fred, frag mal, wo man sich da anmelden muss. Naja, mach ich doch. Hier, Beppi, gibt's da auch so Internet oder sowas? Ja, unter www.beppi.de, alle Termine einsehbar. Hier, Beppi, was passiert denn, wenn's regent und stürmt und so? Was weiß ich mal? Naja, sagen wir mal so, ab dem 20. November ist es ganz schwer, eine Stadtführung durch die Altstadt nur mit Römerberg zu machen. Da ist nämlich Weihnachtsmann. Es wird gelaufen, egal, bei Wien tut es stürmen. Hier Fred, frag mal, was ist, wenn's kalt wird? Na ja, mach ich doch. Hier, Beppi, was ist denn, wenn's Winter wird? Also zwischen 12. November und 15. Januar finden keine Führung statt. Ach, der Weihnachtsmann. Ach, Fred. Ach, jetzt doch, auf du. Och, das wird bestimmt schön, oder? Ach, hier, es gibt ja so viel Führung. Was weiß man? Der macht was und der macht was. Aber so Führung mit Beppi, hier, das ist super, oder? Ach ja, das macht er schon gut, gell? Ach, Beppi, komm, dann sag noch was zu den Leuten, gell, dass sie zu dir kommen, oder? Gines kommt bei, wenn ihr was lernen wollt über Frankfurt und die Geschichte dieser Stadt, seid ihr bei mir gerade an den richtigen Pünktchen angelangt. Es will man net in der Kopfen, nein. Wir kann nur ein Menschen von Frankfurt sein. Es will man net in der Kopfen, nein. Wir kann nur ein Mensch net von Frankfurt sein. Wir kann nur ein Mensch net von Frankfurt sein. Untertitelung des ZDF, 2020